Musik Geboren Ein paar waren Riemann und Sackmann von 1990 bis 1998 Warum der technikaffine Schauspieler und Musiker, der am Sonntag in der Dora hält Bestseller-Verfilmung Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen 20.15 Uhr, CDF Zu sehen ist, der Liebe abgeschworen hat, der Paula und seiner älteren Tochter, 1970, dennoch dringender zu rät, hat er im Interview mit der Nachrichtenagentur Spot on News verraten Time, sind Sie schon mal auf ein Gewinnspiel hereingefallen? Time, Peter Sackmann, ich bin zwar ein Spieler ohne Ende, aber auf so etwas bin ich noch nicht hereingefallen, meine Mutter trotz meiner Warnungen dagegen sehr häufig Time, warum sind ältere Leute so oft taub auf diesem Ohr? Time, Sackmann, Sie sind in einer Zeit groß geworden, in der man noch gutgläubig sein durfte Damals war noch kein Medium dazwischen geschaltet Es gab zwar auch Betrüger, die Abos verkauft haben, die mussten aber an der Haustür klingeln Time, Apropos Medien, wie Internet-Affin sind Sie? Time, Sackmann, ich bin ein Pionier und war einer der ersten, die online gingen Ich hatte noch Akustikkopplung, da hat man den Telefonhörer auf eine Schale gelegt und dann purzelten die Bits einzeln durch Es dauerte eine halbe Stunde bis eine Textseite auf dem Bildschirm war Ich habe die ganze Entwicklung mitgemacht Time, dann haben Sie ja großes Glück gehabt, dass Sie die Bedeutung des Internets gleich erkannt haben Time, Sackmann, das stimmt, meine Generation hat mit Computern eigentlich nichts zu tun Bei mir liegt es daran, dass ich immer auch Musik gemacht habe Die meisten Musiker haben Ende der 1-9-8-0-er Jahre damit angefangen, den Computer als Aufnahmegerät zu nutzen Ich auch Time, und an wen wenden Sie sich, wenn Sie doch mal eine Frage haben? Time, Sackmann, ich bin Autodidakt Time, haben Sie Angst vor einem Schiedssturm? Time, Sackmann, das habe ich zum Glück noch nicht erlebt Ich kenne es nur, dass die Presse über mich oder meine Lieben herfällt Bei Facebook bin ich zwar schon, ich habe meine Freunde aber auf ein Dutzend begrenzt Das sind nur die, mit denen ich auch im realen Leben in Kontakt bin Man kann diese soziale Netzwerke nutzen, man muss nur innerhalb des Netzwerkes sein eigenes kleines Netz haben und das nicht auf 5000 Freunde ausweiten Time, Senioren im bischofarbenen Einheitslook einerseits, andererseits gibt es inzwischen unheimlich attraktive 60 plus Damen und Herren Time, Sackmann, diejenigen, die jetzt älter sind, waren während der 1-9-6-8-er jung und damit ganz anders jung Bei der Generation davor kamen die älteren Menschen aus dem Krieg Ich glaube, dass das, was in der Spätpubertät wichtig war, wichtig bleibt, bis man im Seniorenheim ist Time, machen Sie reine Männerurlaube? Time, Sackmann, nein, das mag ich nicht Ich mag aber auch Frauenfreundschaften nicht, bei denen ich merke, die reden intimer miteinander als mit ihrem eigenen Partner Genauso komisch finde ich es, wenn Männer eine Ebene haben, die intimer, ehrlicher und wahrhaftiger ist, als sie sie zu ihren eigenen Frauen haben Das kann zerstörerisch sein für eine Beziehung, denn der eigene Partner sollte der Intimste sein Trotzdem gibt es ohne Ende Stammtische und Kaffeekränzchen Time, warum sind lebenslange Beziehungen heute so schwierig? Time, Sackmann, früher ist man gar nicht so alt geworden Außerdem sagt mein Lieblingsverhaltensforscher Desmond Morris, Liebe ist ein Paarbildungstrieb, der dazu dient, die Jungen groß zu ziehen Wenn die Jungen groß sind, ist es also nicht mehr vor Nöten, zusammen zu bleiben Weil die Kinder heute aber so lange im Nest bleiben, muss man noch zusammenhalten, obwohl dieser Trieb schon gar nicht mehr da ist Time, sollte man eine Affäre verzeihen? Time, Sackmann, ich habe der Liebe abgeschworen, für die Freundschaft Denn die Liebe wirkt immer auch den Hass Wenn man in der Liebe verletzt wird, wird es furchtbar Liebe bedeutet immer auch Besitzanspruch Freundschaft kann man teilen, die macht auch nicht eifersüchtig Das gilt natürlich nicht für junge Leute Meinen Töchtern sage ich immer, ihr müsst euch verlieben, 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 aber ich habe die Nase voll Time, ob das so bleibt, werden wir ja dann lesen Time, Sackmann, klar, man kann nichts garantieren Aber ich bin ja trotzdem erfüllt mit Liebe, der Liebe meiner Töchter, meiner Hunde Wie gehen Sie mit schlechten Kritiken um? Time, Sackmann, seit meine Eltern nicht mehr leben, ist es mir vollkommen egal, was über mich in den Zeitungen steht Am Theater gibt es aber auch richtig seriöse Kritiker, deren Meinung man ernst nehmen kann Eine schlechte Kritik ist da nicht unbedingt schlecht Es wird halt kritisiert, dass man beispielsweise irgendetwas nicht verstanden hat Anders viele TV-Kritiken, wenn die damit anfangen, dass die Quote schlecht war, kann ich das nicht ernst nehmen und lese auch nicht weiter Time, was halten Sie dann von dem Markus-Landts-Bassing der letzten Monate? Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!